Morgen ist Mittwoch und Mittwoch ist Mülltag. Am Mülltag kommt Markus Müller, der Müllmann aus Marzahn. Markus Müller, ja so heißt unser Müllmann, Müllmann fährt täglich in der Stadt von Haus zu Haus. In unsere Straße kommt er immer mittwochs. Mittwochs? Dann winke ich ihm zu vom Fenster aus. Der Markus, der kann pfeifen wie ein Seemann. Er kann zwei Tonnen rollen mit einer Hand. Und gäbe es einen Preis für den besten Müllmann. Dann hätte Markus ihn bestimmt verdient. Morgen ist Mittwoch, am Mittwoch ist Mülltag. Am Mülltag kommt Markus Müller, der Müllmann aus Marzahn. Morgen ist Mittwoch, am Mittwoch ist Mülltag. Am Mülltag kommt Markus Müller, der Müllmann aus Marzahn. Es leben in Berlin Millionen Menschen. Menschen. Und jeder von uns macht eine Menge Müll. Das stinkt das. Ja, manche Leute freilich mehr als andere. Die anderen. Wie auch immer, wir haben Müll in Hüll und Füll. Das stimmt. Was jeden Tag an Abfall sich so anhäuft. Anhäuft. Das müssen Millionen Tonnen sein. Millionen. Und einer muss das ganze Zeug abholen. Abholen. Natürlich nicht der Markus ganz allein. Nein. Markus meint. Doch einer muss es machen. Und wo er recht hat, hat er sicher recht. Ganz bestimmt. Sonst kämen wir bestimmt im ganzen Müll doch um. Und darum findet Markus seine Arbeit gar nicht schlecht. Spätestens am Dienstag sind die Tonnen. Die Tonnen. Bei uns im Haus zum Überlaufen voll. Wieder bei mir. Und trotzdem wird noch mehr hineingeschoben. Geschoben. Doch letzten Dienstagabend fand ich toll. Ja. Da standen nämlich draußen alle Nachbarn. Alle Nachbarn. Im Hinterhof, wo unsere Mülltonnen stehen. Ja. Und alle fingen plötzlich an zu singen. Zu singen. Und was die sangen nach diesem Offrag. Ja. Morgen ist Mittwoch. Am Mittwoch ist Mülltag. Am Mülltag kommt Markus Müller, der Müllmann aus Marzahn. Morgen ist Mittwoch. Am Mittwoch ist Mülltag. Am Mülltag kommt Markus Müller, der Müllmann aus Marzahn. Dieses Lied hier ist für unseren Markus. Ich hab's ihm letzten Mittwoch früh geschenkt. Dankeschön. Ich hoffe, es ist nicht auf dem Müll gelandet. Und dass der Markus ab und zu vielleicht das Lied mal singt. Vielleicht das Lied mal singt. Morgen ist Mittwoch. Am Mittwoch ist Mülltag. Am Mülltag kommt Markus Müller, der Müllmann aus Marzahn. Morgen ist Mittwoch. Am Mittwoch ist Mülltag. Am Mülltag kommt Markus Müller, der Müllmann aus Marzahn. Der Müllmann aus Marzahn. Der Müllmann aus Marzahn. Morgen ist Mittwoch. Da haben wir jetzt.